Was geht ab, meine XRP-Freunde da draußen? Es ist wieder Freitag und somit Zeit für ein ausführliches XRP-Update-Video mit News, mit Chart-Analyse und was ich so jetzt in der nächsten Zeit für den XRP-Kurs erst einmal erwarte. Ihr seht hier gerade den Daily Chart, diese Woche ging es ordentlich nach oben, auch wieder so ein bisschen, ja, okay, SEC-Einigung und sowas. Wichtiger ist aber, was der Chart uns im Endeffekt sagt. Das will wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. Und auch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News, Signale, auch zu XRP, kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung, natürlich alles for free, keine Sorge. Und wer noch eine Börse sucht, gerne beim Bing X Einzahlungsevent derzeit mitmachen, läuft jetzt noch bis zum 7.6., da habt ihr noch die Chance, einfach nur durch Einzahlung oder auch, je nachdem, wenn ihr selber tradet, auch ordentliche Profite. Beziehungsweise kostenlose Trades mitzunehmen. Also schaut euch das gerne an, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt rein in die Analyse Bitcoin, XRP, momentan bei 0,51,83 US-Dollar-Cent. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass es gut wäre, wenn wir einfach nochmal diesen Marker hier unten testen. Diese Zone bei ungefähr 0,44 haben wir gemacht. Daraufhin ordentlicher Impuls nach oben, wir haben ein höheres Hoch rausgenommen mit Daily Sicht, sogar nochmal auf hier die Bestätigung gesehen, also diese gelbe Linie, die ihr hier seht. Das war so dieses letzte signifikante Hoch, haben wir rausgenommen, bestätigt und die Rallye nach oben hin fortgesetzt. Jetzt sind wir wieder im nächsten Widerstandsbereich angekommen. Ihr seht es hier oben, das war so die Zone, wo wir zuletzt immer mal wieder unsere Probleme hatten. Einerseits letztes Jahr hier im September 2022, dann dieses Jahr Anfang des Jahres im März, wo wir ein bisschen hier oben rumgetradet sind, mit der Downtrend-Linie, dann nochmal abverkauft wurden, die Range getestet haben und jetzt das Breakout wieder nach oben. Wichtig, wir haben grundsätzlich schon mal eine bullische Sache gemacht und das ist, wir haben den Downtrend durchgebrochen. Ganz, ganz wichtig, der Downtrend, den wir hier oben gezeichnet haben vom 12. April oder 11. April 2021, also zwei Jahre und zwei Monate ist das Ding jetzt mittlerweile alt, wurde jetzt durchbrochen mit mehreren Daily Candles. Wir hatten den gleichen Fall hier schon mal nur, hier hatten wir immer mal so einen Tag, dann sind wir wieder drunter geschlossen, wieder einen Tag Fakeout nach unten hin. Das heißt, die Liquidität, die in diesem Bereich hier oben schon drin ist, wurde jetzt schon sehr, sehr viel abgefischt, wurde jetzt schon rausgenommen. Trotzdem müssen wir schauen, dass wir gegebenenfalls hier nochmal einen Retest reinkriegen und da würde sich einfach diese Zone hier nochmal anbieten von 0,46 bis knapp 0,47 US-Dollar Cent. Wir würden den Downtrend nochmal bestätigen, wir würden diese ganze Impulswelle, die wir jetzt hier reinbekommen haben und ihr seht schon hier vom Volumentechnischen her, ist da schon eine Menge Volumen reingekommen, wäre es nicht verkehrt, hier nochmal einen Abverkauf zu sehen und dann gegebenenfalls endgültig das Breakout auch über unsere übergeordnete riesige Range, die hier zwischen, ich sage jetzt mal 0,53 und 0,30 US-Dollar liegt, auszubrechen. Erst dann können wir unsere bullischen Preistargets erreichen, ob das heute oder morgen passiert, kann ich nicht versprechen, aber es sieht zumindest schon langsam ein bisschen besser aus. Um das Ganze nochmal so ein bisschen festzuhalten, schauen wir uns zwei FIP-Levels an, auf Daily-Sicht aber mal ganz kurz. Einerseits das Übergeordnete, es würde uns hier auf knapp 0,45 bringen, wäre jetzt auch noch okay, ziehen wir jetzt von der letzten Aufwärtsbewegung, also wo wir unseren Test bei 0,44 bekommen haben, wäre eben hier die 0,47 das Golden Pocket. Aber wie gesagt, hier würde ich mich ganz ehrlich nicht so wirklich aufs Golden Pocket verlassen. Ihr kennt es bei Bitcoin und so, wer die Videos guckt, da war auch immer so ein bisschen 0,5er Golden Pocket und sowas. Also ich sage jetzt mal, Kaufbereiche zwischen 0,47 und ich sage jetzt mal zwischen 0,47 und 0,45, das wären so die nächsten Retestmöglichkeiten. Da kann sich der XRP-Kurs jetzt auf Daily-Sicht nochmal bewegen, sollte die Zone dann halten. Dann muss aber ein ordentlicher Volumenstoß nach oben hinkommen, damit wir mindestens unser Preistarget von 0,60 bis 0,61 oder unser übergeordnetes bullisches Ziel von sogar knapp 1 Dollar erreichen. Aber 1 Dollar, das muss jetzt nicht innerhalb von einer Woche kommen, Leute, das ist ein langfristiges Ziel. Also jetzt nicht hier, XRP geht auf 1 Dollar. Nein, nicht so schnell funktioniert das nicht. Aber es ist ein langfristiges Preistil von eben diesen voluminanten einerseits Pattern und wir hatten ja auch hier noch so einen doppelten Boden, glaube ich, als Pattern, wo darauf deuten könnte. So, gehen wir in die kleineren Timeframes rein und beziehungsweise schauen wir uns nochmal ganz kurz die News an. Ripple mit 12% Wochenplus rückt Sieg im SEC-Prozess näher. Das habe ich gemeint, also es geht hier ein bisschen mehr Optimismus daraus. Wir haben auch letzte Woche schon darüber gesprochen, dass Brad Garlinghouse auch darüber gesprochen hat, dass es sich nicht mehr um Monate, sondern um Wochen haltet. Aber auch hier mal ganz kurz auf die Bremse drücken. Es kann sich immer noch ziehen. Wir haben noch kein Urteil, das ist fix, das wissen wir. Wenn das Urteil kommt, kann es aber dann relativ flott mit dem XRP-Kurs gehen. So, gehen wir zurück in den Chart. 4 Stunden Timeframe. Auch hier ordentliche Volumen-Candle, die wir hier oben noch bekommen haben. Hier auch nochmal schön in diese Box rein, abverkauft darauf hin. Also hier oben wird wahrscheinlich noch einiges an Liquidität liegen. Da wird es jetzt darauf ankommen, schafft XRP wirklich das höhere Hoch über die 0,53. Wenn wir uns darüber halten können, wäre es gut, schließen wir da drunter. Wird wahrscheinlich dann die Korrektur erst einmal eingeläutet. Und RSI-Technisch hätten wir dann auch hier oben eine schöne Bearish Divergence. Also wäre sogar ein guter Short-Trade, den wir hier oben gegebenenfalls eingehen könnten. Aber wie gesagt, jetzt ist es noch ein bisschen zu früh. Wenn ihr euch den Chart dann anguckt, im Endeffekt, wenn wir, wie gesagt, hoch kriegen, WIG, also warte, ich zeichne euch das nochmal an, WIG rüber, drunter schließen, also unter diesem Level, tieferes Hoch und dann Reise nach unten hin ansetzen. Zumindest mal die 0,48 wäre so der erste Support. Und dann, wie gesagt, haben wir ja darüber gesprochen, 0,47 bis 0,46 wären dann die nächsten Supportzonen. Gut, das war es dann wieder zum XRP-Update-Video für Freitag. Newstechnisch war diese Woche nicht wirklich viel, deswegen ein bisschen mehr auf den Chart eingegangen. Aber es sieht gut aus. Trotzdem, der letzte Rücksetzer wäre noch perfekt, um den mitzunehmen. Und dann, to the moon. Nicht Spaß. Aber ein bisschen steigende Kurse. Gut, das war es von mir. Ich wünsche euch einen schönen Start in den Freitag, ein schönes Wochenende. Lasst doch gerne ein Like da, abonniert den Kanal, kommt gerne in die Telegram-Gruppe. Und damit wünsche ich euch einen schönen Start ins Wochenende. Das war es von mir. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay quick.